Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat zu historisch hohen Strompreisen geführt. Durch die Merit Order ist der Gaspreis entscheidend, auch für den Preis von grüner Energie. Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, sich gegen Preisrisiken abzusichern? Dazu spreche ich in 3 Minuten Umweltrecht. Hallo und herzlich willkommen zu 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Florian Stangl, ich bin Anwalt bei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Heute sehen wir uns Möglichkeiten an, wie man sich vor den historisch hohen Strompreisen absichern kann. In Konkreto schauen wir uns das Thema PPA an. PPA steht für Power Purchase Agreement und meint im Kern einen Stromliefervertrag. Im Bereich der erneuerbaren Energien zeichnet sich der grüne PPA dadurch aus, dass elektrische Energie über einen längeren Zeitraum mittels einer konkreten Erzeugungsanlage an einen Abnehmer geliefert wird. Wir können verschiedene Charakteristiken und Kategorien von grünen PPAs unterscheiden. Zunächst haben wir Corporate PPAs und Merchant PPAs. Diese beiden Kategorien unterscheiden sich durch den Abnehmer. Bei den Corporate PPAs sind es Unternehmen oder Industriebetriebe, während bei den Merchant PPAs es Stromhändler oder Energieversorger sind. Bei den physischen PPAs kommt es zu einer tatsächlichen Lieferung von Elektrizität an den Abnehmer, während es bei virtuellen PPAs zu rein gedanklichen Lieferungen kommt. Gedanklich und virtuell in diesem Sinne, dass der von der Erzeugungsanlage produzierte Strom an der Börse verkauft wird und so dann nur die Herkunftsnachweise an den Abnehmer übertragen werden und gleichzeitig dieser den Strom wiederum aus der Börse bezieht. Es handelt sich um eine Art Finanzierungs- bzw. Strompreisabsicherungsmechanismus. Bei den Kategorien On-Site und Off-Site PPAs unterscheidet man die Lage der Erzeugungsanlage. Bei den On-Site PPAs ist die Erzeugungsanlage, also zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, direkt vor Ort beim Abnehmer. Beim Off-Site PPA wird der Strom über das öffentliche Netz geliefert. Beide Varianten sehen wir in der Praxis. Beim Off-Site PPA muss man gewisse Regularien mitberücksichtigen. Man muss einen Fahrplan erstellen und unter Umständen den Preis für Ausgleichsenergie vertraglich mitberücksichtigen. Bei den On-Site PPAs hingegen muss man die regulatorischen Vorgaben für Direktleitungen, sprich für die direkte Lieferung von Strom berücksichtigen. Sie sehen, PPAs sind eine Möglichkeit zur Preisabsicherung mit regulatorischen Fragezeichen.